In der Klinik am Südring. Mit einem offenen Schienbeinbruch wurde die 18-jährige Jenny direkt von der Notaufnahme an das chirurgische Team zur Operation übergeben. Die wahre Ursache für den Unfall der Auszubildenden kennt bis jetzt noch niemand. Hallo, so, die Frau Köhler, Jenny Köhler. Ja, gehört, habe ich schon. Das ist ein Laborwirt, habe ich hier mitgebracht. Und, ähm, kurz vorweg, weißt du, was passiert ist? Also im Fitnessstudio, sie ist gelaufen, auf dem Fitnessband wohl, da kurz ein bisschen dehydriert gewesen, gestürzt. Genau, du hast die Fotos auch schon, ich habe es nur im Internet, im Netz gesehen, genau, von der Infraktur. Sie ist ein bisschen, keine Vorerkrankung, hat keine Allergien, nimmt keine Medikamente ein, sie ist ein bisschen sediert. Kann jemand die Tür zumachen, bitte? Ja, hat vom Notarzt schon, hat vom Notarzt schon ein bisschen was zu sedieren. Das Ding ist so ein bisschen müde, ne? Na ja, sieht ja aus, als wenn sie halt in den Karibik in Urlaub waren, ne? Ja, schon ein bisschen. Aber wir werden das schon in Ordnung bringen dann. Ich muss auch mal in Urlaub wieder, ne? Ja, ja, gut. Der Eingriff am gebrochenen Schienbein verläuft ohne Komplikationen. Zu schwerwiegenden Problemen soll es allerdings trotzdem kommen, als Dr. Urs Heinemann am späten Vormittag nach seiner Patientin sieht. Mittlerweile ist auch Besuch eingetroffen. Die Mutter und die beste Freundin der jungen Frau sind da. Die waren beide Knochen durch, wie ich schon sagte. Ich habe eine Platte reingemacht. Das Wadenbein wird dann problemlos von sich aus heilen, da braucht nichts gemacht zu werden. Ist eine Fünf-Loch-Platte und das wird also problemlos heilen. Der gibt, bleibt jetzt erstmal für eine Woche. Das heißt, sie bleiben hier in der Schiene eine Woche hier bei uns. Eine Woche? Eine Woche, ja. Sie können nur von Glück reden, dass das Ganze hier passiert ist und nicht in ihrem Karibikurlaub. Wieso Karibikurlaub? Wie kommen Sie da drauf? Ja, sie ist so schön braun, ne? Das ist eher Mallorca, Pfennig-Mallorca. Aha. Das war also mit anderen Worten Sonnenbank alles. Ja, genau. Ne? Die Bräune. Ja. Also, solange das jetzt der Heilungsprozess läuft, ist Sonnenbank tabu. Ne? Also, wie lange dauert das jetzt alles? Ich würde auf alle Fälle sagen, erstmal sechs Wochen. Ne? Schatz, das ist erstmal vorrein, bitte, ja? Ja, aber sechs Wochen, meinen Sie nicht, dass das ein bisschen übertrieben ist? Nein, das ist nicht übertrieben. Das Problem ist, erstens mal, dadurch, dass der Gips drauf ist. Das soll ich schon schneller gehen, oder? Nein, auf keinen Fall. Es geht ja nicht darum, dass der Gips ab ist und das Bein dann halt weiß bleibt, sondern das Problem ist auch hier. Sie haben da eine Wunde und es gibt Wundheilungsstörungen durch das UV-Licht. Gibt's da nicht irgendeine Creme oder so dann? Nein, das gibt keine Creme. Es gibt eine ganz massive Veränderung der Narbe. Das heißt, es entsteht ein Keloid, wenn da zu viel Licht draufkommt. Das heißt, wir haben eine ganz dicke Narbe da und die müssen wir dann nachher wieder... Sie müssen doch keine Narbe haben, Schatz, bitte. Sechs Wochen ist doch gar nichts. Ja, die müssen wir nachher wieder abtragen, da gibt's wieder neu. Sehen Sie so, lieber etwas blasser als eine Narbe, die man ewig sieht. Ja, richtig. Weil das ist vom Schönheitsaspekt her, wenn es Ihnen sehr wichtig ist, schon sehr extrem. Die haben die unten in der Ambulanz sehr schön genäht. Das heißt, es wird so gut wie keine Narbe zurückbleiben im Gesicht. Aber man wird sie kaum sehen. Braun kannst du später auch immer noch werden. Können wir ja nachholen in unsere Solariumgänge. Danke, dass du vernünftig bist. Nein, kein Problem. Kriegen wir es hin, Schatz. Ja, keine Sonnenbank jetzt, solange der Heidaufprozess läuft. Alles sieht danach aus, als ob die 18-Jährige vernünftig ist und sich an die Vorschriften des Arztes hält. Doch als die Mutter am Abend erneut zu Besuch kommt, zeigt sich, ihr eigenwilliges Schönheitsideal scheint der Tochter wichtiger zu sein als ihre Gesundheit. Hallo, Schatz. Hallo. Was wird das denn, wenn es fertig ist, wenn ich fragen darf? Haben Sie denn nicht gehört, was der Arzt gesagt hat? Das ist ganz schlecht für die Wundheilung. Also, das geht jetzt wirklich nicht. Deine Narbe, dein schönes Gesicht. Das können Sie gleich mal dem Arzt erklären. Bitte, sei doch vernünftig. Ich weiß mir langsam nicht mehr zu helfen. Bitte, Schatz, dein Gesicht, wenn du die Narbe behältst. Das wird nur schlimmer mit der Narbe. Denken Sie doch mal dran. Urs, guck dir das mal an. Das geht nicht. Was haben wir heute Morgen denn gesagt? Ich habe mich auf die Schmerzen. Nein, was haben wir denn heute Morgen denn gesagt? Ja, aber das ist doch ein bisschen, ich brauche das. Sie haben da die Narbe, die Wunde. Wie lange soll denn das noch gehen? Sie haben jetzt hiermit sechs Wochen Pause. Das Pflaster ist doch ab. Ja, und genau das ist das Problem. Das ist das Problem. Doch, genau das ist das Problem. Da gibt es das Keloid hier. Da gibt es die dicke Narbe. Es gibt Wundheilungsstörungen dadurch und das hat alles keinen Sinn. Das wird extrem hässlich. Bedenken Sie, das wird richtig hässlich. Da müssen Sie dann... Ich glaube nicht, ich brauche das aber. Sie kommen jetzt mal bitte... Ich kann nur nicht mehr applaudieren, als dass du jetzt mal hören sollst. Sie kommen jetzt mal mit mir. Ja, aber doch selber. Ja, aber ein bisschen wenigstens. Ich muss mal mit Ihnen sprechen. Es kommt nicht von ungefähr, dass immer wieder empfohlen wird, Sonnenschutzmittel zu benutzen. Bei natürlicher Sonne. Die künstliche Sonne im Sonnenstudio ist wesentlich intensiver und damit auch gefährlicher für die Haut. Hier kommt es erst mal zum Austrocknen der Haut und außerdem steigt das Risiko auf Hautkrebs. Das darf man auf keinen Fall vernachlässigen. Seit wann geht sie denn jetzt zur Sonnenbank? Sie ist jetzt 18, seit zwei Jahren. Und da bin ehrlich gesagt auch ich und mein Ex-Mann ein bisschen dran schuld. Weil wir sind zusammen zum Solarium. Da ging es darum, dass wir ein bisschen Wärme wollten, ein bisschen Bräune im Winter. Und dann sind wir alle zusammen zu einer Karte. Da haben wir hingegangen und haben das am Anfang auch wirklich schön regelmäßig gemacht. Das hat auch das Gefühl, dass es gut getan hat, weil uns die Wärme gut getan hat. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht auch für die Knochen, für die Kleinen nicht so schlecht. Ja, und sie hat das auch genossen und das war einfach immer schön. Ja, und irgendwie, dann hat sie auch ihre Freundin gern gelernt, die Santa, die eigentlich normalerweise vernünftiger ist. Und hat dann ihre Clique gefunden und das war schön. Also ich wollte ihr auch nicht im Wege stehen. Also wie oft bräunt sie denn? Geht sie in das Sonnenstudio? Am Tag, in der Woche? Ich habe den Überblick verloren. Sie lügt mich an. Ja. Also ich merke, dass sie immer bräuner wird. Ja, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wo ich dann, das ist jetzt mein Ex-Mann, muss man dazu sagen, halt die Trennung war, habe ich mich auch nicht mehr so um sie kümmern können. Und da ist mir so ein bisschen aus den Händen geglitten. Und Sie merken ja, ich bin verzweifelt. Das Einzige, vielleicht könnten Sie mal mitkommen. Ja, ich werde mit ihr sprechen. Ich komme nicht an Sie da. Ja, ja, es ist also wirklich wichtig, dass Sie jetzt in der Zeit, in den sechs Wochen, da wirklich davon die Sonne weglässt. Und, nochmal sehen. Wie sieht's aus? Ja, der Blutdruck ist ein bisschen niedrig, die Herzfrequenz ist ein bisschen hoch, 120. Okay. So ein bisschen aufgeregt jetzt hier, wegen der ganzen Situation. Was ist denn? Ich bin nicht aufgeregt, mich nervt das hier einfach nur alles. Ich will einfach nur meine Lampe wieder haben, die ihr mir weggenommen habt. Schatz, bitte. Das ist gut. Mama, ist gut. Das geht jetzt nicht. Immer das Gleiche. Komm, bitte, ernsthaft. Wir müssen, wir können jetzt hier nicht zulassen, dass Sie mit der Lampe weiterarbeiten. Warum nicht? Ich verstehe das nicht. Das ist doch meine Lampe, die haben mich von zu Hause mitgebracht. Mama, misch dich doch einfach bitte gerade nicht ein. Immer dasselbe. Aber sag doch mal zu, bitte. Ja. Du lässt mir nicht, du dann hör doch wenigstens ihm mal zu. Das gibt Heilungsstörungen, ne? Warum fangen Sie nicht an zu schwitzen hier? Weil es warm ist. Gibt keinen Grund. Weil mich alles nervt einfach. Nein. Darf ich mal bitte aufstehen? Was haben Sie denn vor? Nein, dann wirst du da sitzen. Ich will einfach, nein, lass mich doch einfach gerade an. Ich bin einfach in Ruhe. Nein, das geht doch. Nein, das geht doch. Bleiben Sie jetzt im Bett. Was haben Sie denn vor? Sie können jetzt nicht einfach aufstehen. Hm? Ich muss. Bitte. Nein, Sie können, das geht doch nicht. Hm? Sie können auf den Beinen nicht stehen. Nein, bleiben Sie im Bett. Bleiben Sie im Bett. Sie dürfen da hier nicht. Was mache ich denn? Sie haben ganz diejenigen Kreislauf. Sie brauchen sich nicht wundern, wenn Sie jetzt zusammenklappen. So, müssen Sie meine Beine mal wieder hoch tun. So, das geht doch nicht. Ich will einfach nur meine Lampe. Nein, nein, nein. Schatz, bitte. Das geht nicht. Okay. Denken Sie doch ein bisschen an sich selbst. Primär hatte ich das Gefühl, dass es sich hier um ein Suchtverhalten handelt bei der Patientin. Auch die Kreislaufreaktionen waren entsprechend. Sie sind gekommen wegen des gebrochenen Beines. Aufgefallen ist, dass Sie braun sind. Bitte mal Ruhe. Ich versuche jetzt mal zusammenzufassen. Sie sind sehr stark gebräunt. Sie sind jetzt hier zusammengebrochen. Sie haben einen niedrigen Blutdruck. Sie haben einen schnellen Puls. Sie sind am Schwitzen. Sie sind einfach aufgelöst. Und das ist ein Suchtverhalten. Das ist eine, wenn ich das so richtig sehe, eine Tanorexie. Tanorexie ist ein Suchtverhalten in Bezug auf Licht, insbesondere auf künstliches Licht im Solarium. Und das ist genauso wie bei einer Heroinsucht das große Problem der Entzugserscheinungen, die halt mit massiven Kreislauf und körperlichen Reaktionen einhergehen. So, wie ist denn der Unfall passiert? Das ist jetzt einfach mal ein Beruhigungsmittel, damit Sie hier jetzt aus dieser Entzugssymptomatik rauskommt. Wie ist der Unfall denn passiert? Na, ich bin vom Laufband runtergefallen. Ich war im Fitnessstudio und dann musste ich was warten, weil ich dann noch kurz ein Solarium wollte. und dann ist mir schwindelig geworden und ich bin runtergefallen. Und den Schwindel haben Sie eben wieder gezeigt. Das heißt, dass ein deutliches Entzugssymptomatik bei Ihnen ist. Alle Symptome, die Sie haben, sprechen dafür. Das ist ganz klar diese Tanorexie, wie ich eben sagte. Sie brauchen auf alle Fälle Hilfe, wir helfen Ihnen jetzt mal, erstmal Medikamenten, aber Sie brauchen auf alle psychotherapeutische Hilfe, damit Sie dann davon freikommen. damit Sie lernen, auch ohne eine Sonnenbank wieder zurechtzukommen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Gut. Jetzt erstmal Ruhe. Sie werden jetzt auch ruhiger durch das Medikament und dann werden wir das schon wieder in Ordnung kriegen. Nach ihrem einwöchigen Krankenhausaufenthalt hat die 18-Jährige sofort mit einer Psychotherapie begonnen, um ihre Solariumsucht in den Griff zu kriegen. Sie hat inzwischen gelernt, sich und ihren Körper auch ohne Tiefenbräune anzunehmen. Auch ihr Unterschenkel ist mittlerweile sehr gut verheilt.